Ich muss erstmal den Assembler suchen gehen, Alter. Hier, Show-on-Hut-Anzeigen. Mir ganz sicher würden wir die Sache hier auch verstehen, also richtig verstehen, dann wird die Sache besser laufen. Mit der Zeit lernt man's, ja. Ja. Ja, das hoffe ich mal, ne. Boah, Uran soll nach ganz hinten. Alter. Ich mein, hier gibt's ja auch kein Ziel oder so. Na, überleben halt. Ja. Also, Leute, ich warte immer kurz, bis die Kaki mal fertig ist. Momentan haben wir sehr viele Spiele, wo's ums Überleben geht. Oh, der Soundblast ist immer richtig weit weg, man kann nicht sein, ey. Boah, da brauch ich ja 10,5, ich da bin. Ey, Kacke. 17% Energie. Wie lädt man die nochmal auf? Äh, Medical Station. 29% Energie, ich glaub ich sollte auch mal wieder. Medical Station. Alter, wisst ihr, wo der Assembler ist? Der ist richtig krass weit weg, Alter. Hat nicht irgendeiner von euch die ganze Energie ausgebraucht dadurch? Ne. Wo sind die Medical Station? Ah, das müsst ihr noch wissen. Hä? Ne, ich glaub ich hab das noch so. Das ist, ich bin ganz weit weg von der Medical Station. Auch im Akkrieg, da ja, der finde ich das fun. Ja, ich hab das glaub ich noch so. Hopp. Wo ist denn der hässliche Assembler? Ne, da ist sie nicht. Achso, ne, die Treppen darunter, sorry. Gar nicht mehr gesehen. Fracht-Container, Raffinerie. Da ist es. Gatling-Geschütz, Raffinerie, Fracht-Container. Alter, was soll der Scheiß? Oh, Assembler, oh, richtig geil. Passiert bei dir irgendwas? Was von dir irgendwas drücken? Ja, also bei mir passiert, was nur einer kann, ähm... Gibt's hier nicht noch eine Produktion? Hey, warte. Hey, komm. Jetzt kannst du gleich, jetzt. B drücken. Falls du das nicht schon wusstest. Ich hab alle ja, ich hab alle ja Sachen. Jetzt läuft's eigentlich wieder. So, gleich 100%. So. Geh mal zu diesem Gestein dort hinten. Ich hab jetzt eh genug Energie. Läuft flüssig, Alter, das ist so genial. Ähm. Boah, der Assembler ist richtig Ewigkeiten weit weg, ne? Alter, ich glaub, da war ich ja schon. Ja, da war ich schon. Also, durch Kevin ist es beide, wo die Raffinerie ist. Dann könnt ihr wenigstens da schon mal das Zeug reinlegen. Oder zumindest David weiß es da. Du kannst ja Kevin danach zeigen, wo die Raffinerie ist. Kevin weiß es doch. Ja, weil Kevin hat gesagt, was? So, bald ist das Abbauschiff fertig. Bald. Bald, bald. Wenn die Zeit gekommen ist. Ich dammle hier grad was ein, wo ich eigentlich gar keine Ahnung hab, was das ist. Äh, ein. So grün aus. Bei mich. Oran vielleicht. So, jetzt komm schon, jetzt komm schon. Oh. Könnte sein, ja. Oh ja, geil. Weiß nicht. Oh, die Map speichert grade. Was für mir, Hank. Also, bei mir nicht. Also, bei mir nicht, ne? Bei mir auch nicht. Vielleicht ist es nur bei der Art und Weise. Das ist immer so, weil ich der Host bin. Äh, was für mir Computer und... Was? Bist du das aber nicht bei uns auch ein bisschen lecken, dann? Nö. Computer und Herstellungskomponenten fehlen mir. Das heißt, ich hole mir kurz die Kacke hier ab, hier raus. Hier ist ja schon alles fertig. Raffinerie 4. Ähm, das Eisen müsst ihr direkt zur Raffinerie bringen. David. Ah, ja, äh. Computer. Hab ich leider nicht gemacht, ne? Ja, dann mach das mal wieder. Ja, ich bin jetzt grad auf. Ziemlich weit entfernten Gestein. So. Na gut, so weit entfernt ist es auch wieder nicht, aber ich hab keinen Bock. Äh, nicht T. Äh, K. Snack ich mir die Kacke wieder raus. Bei 5000 Kilo höre ich auf und dann... ...gebe ich ab. Da, nehm mal das... ...die Erze da, das Roherz raus und bringt's mal gleich zur Raffinerie, würde. Dankeschön. Okay, da geht's nicht raus. Aus dem Container oder was? Ja. Da geht's raus. Der jetzt lernt, noch. Brett ist da. Dort ist die... ...die Erze da. Ich kann euch gleich sagen, was es ist, was es da ist. ...die Erze da abgebaut hab, ne? Vielleicht kann das ziemlich gut sein. Scheißegal, das ist alles nützlich, Kevin. Uran brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. Was hab ich? Gold-Erz. Uran-Erz. Also ich hab Gold abgebaut. Ja, gut. Eisen ist eher wichtiger, aber... ...macht nix. Nice. Wieso kann ich die Kacke da nicht hinsetzen? Warte, mich jetzt verarschen. So, jetzt wieg ich da 130 Kilo. Klein abgefangen. Wie baut man eigentlich? Scheiße. Also wie stellt man die her? Mich hat die noch fest auf Angestellter. Ja, wo gibt's da Rezepte oder sowas? Äh, bei Auf-G. Aber wenn du dann da drauf drückst, dann ist es... Dann setzt du so ein Gerüst hin. Und dann musst du halt da... ...das Zeug mit dem Schweißgerät... Oh, Brown. Oh, mir fehlt so krass viel Zeug. Ja, aber dafür muss man das jetzt herstellen. Ähm, ja. Stahlrohr Klein, Stahlrohr groß. Ich finde noch... Nein, blöde Scheiße. Da hab ich zu spät abgebremst. Bist du tot? Wahrscheinlich. Also ich bin jetzt anscheinend schon zum dritten Mal in der Aufnahme gestorben. Beim Frachtcontainer Klein 2 sind noch ganz viele Rohstoffe drin, die... Ja, hallo, ich will... Ich will respond werden. Was hab ich gesagt? Stahlrohr Klein und... Aber gut, dass ich nicht verloren hab. Stahlrohr groß. Gut. Sehr, sehr gut. 80. Vielleicht kann ich da nochmal meine Person sehen. So, Leute, das erste Schiff ist gleich fertig und am Start auch. Achso, weil es aus ist hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaub, das müsste funktionieren. Die Rauche gehen hier rein, bis nach da unten. Ja, müsste funktionieren, Leute. Müsste funktionieren. Also das war jetzt Gold. Dann bau ich das nicht mal ab. Ähm, ich schau zum Beispiel. Da ist Silber, okay, da ist Silber. Bau ich doch eher ab. Es hat wieder gespeichert. Auswurf. Äh, rauswerfen. Nein. Nein, nein, Bohrer. Nein, okay. David, hör auf, die Plätze schon wieder aufzubauen. Es verbraucht nur Materialien, die wir haben. Ich weiß, ich glaub, du hast ein Teil abgebaut, du hast davon. Nee, ich, guck mal, ah, die... Man kann das Gerüste einfach so stehen, dass man keine trotzdem drauflaufen, weißt? Das ist einfach nur Material-Einsparung. So, ähm. Genau, ähm. Ähm. Leute. Müs. Wahrscheinlich ist jetzt... Was ist? Toll. Das Pfiff ist wahrscheinlich jetzt fertig. Ich muss aber erst noch ein paar Sachen vornehmen. Dann muss ich erst noch die Reaktoren füllen. Okay. Bei mir... Irgendwie, äh, ein Bohrer nicht mehr. Okay, jetzt... Fünf Kilo hat der noch. Welcher Bohrer hat der? Handbohrer. Ah, jetzt auf einmal funktioniert er wieder. Was denn das verpackte... Kevin, ich überlasse dir das Schiff. Das Bohrschiff. Bohrschiff? Jetzt, jetzt, jetzt noch nicht. Ich muss erst hier noch kurz ein bisschen Uran abzweigen, gehen. Boah, Frache, komm. Die Terry-Escore ist irgendwie... Kommt ein bisschen, äh, kommt... Nee, nee, die verpissen sich schon, bevor wir... Nee, nee, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal. Komm näher. Ach, das passt schon. Ach, was. Scheiß drauf. Ich gehe noch schnell in die Raffinerie, schnell was bringen. Also, wenn man damit zur Lockerung geht. Ja, komm, wir sind ja auch immer so, so kann man so abwehr, so... Ja, die sind alle aus. Sie verbrauchen zu viel Strom. Verbrauchen zu viel Strom. Beweisen wir, klimafreundlich. Nee, muss einfach sein. Ich hab 48 Tonnen Uran, ey. Läuft, oder? So, dann gehen wir mal schnell den ganzen Stuff hier ablegen wieder. Hier ist Addis Lager Unit. Für den ganz, ganz wichtigen Stuff. Hier, hier. Aber noch nicht bitte mit dem Schiff wegfliegen, mit dem Bohrschiff. Ich muss da erst noch ein paar Sachen einballern. So, da machen wir... Wie viel machen wir da rein? Machen wir mal 10 rein. Nee, machen wir mal 9 rein. Ja, 9 Tonnen Uran müssten reichen, oder? Kevin, was denkst du? Hm, ich weiß ja nicht. Obwohl, der ist ja schon über Uran drin. Anne, hier. Ich mein, es sind ja nur 9 Tonnen. So, Kevin, Schiff ist startklar. Wenn du jetzt... Du weißt, ganz vorsichtig bohren, bitte. Ich fahr das erstmal schnell hoch. Ding ist, Adi. Die Bohrer sind auch unten drin. Adi. Ja. Möchtest du das sagen, der Kevin? Ja, ja. Ja. Die Stütze sind gelöst. Wann machen war Aufnahmepause? Nee, wir haben gerade eben erst angefangen, du Mongo. Ja, ich mein, das ist ja auch relativ spät jetzt. Wir haben noch nicht mal 0 Uhr, Junge. Wir haben 11 Uhr irgendwas. Ja, aber ich muss früher aufstehen. Ist jetzt gerade dein Ernst, Kevin? Nein, wir können, wir können noch weitermachen, klar, aber... Ja, so mindestens 15 Minuten machen wir locker noch. Aber teilweise ist es schon, mein Ernst. Och, Kevin. Wer hat eigentlich das Weiße dahin gemacht? Was ist das Weiße hier? Was für ein Weißes Zeug? Was für ein Weißes? Die weißen Platten. Die waren schon hier. Kevin, müssen wir hochkommen und hier mal, bitte, bisschen bohren. Zeug? Ja, ich hab dich doch zugeteilt, um das Bohrschiff zu benutzen, zum Bohren. Okay, dann benutze ich das mal. Das verbraucht trotzdem Material in die Gerüste, ne? Kannst du wieder damit aufhören? Boah, Alter, damit muss ich vorsichtig sein. Ja, ganz langsam fliegen. Links klick, drück mal links klick. Drück mal G und hol mal, ziehen wir diesen Bohrer unten auf 1. Hast du es gemacht? Ja. Dann drück mal links klick. Bohrt das jetzt. Nee, irgendwie nicht. G, drück G. Hab ich? Dann drück halt I, drück I, das und Bohr, das und Bohr, das ist erst ausrissen. Nein, nein, I und ein Bohr unten reinziehen. Dann drück mal links klick. Ich hab es eingemacht. Warum Bohrs dann nicht? Dann geh mal raus, Kevin. Bei mir Bohrt's ganz normal. Von G. Du musst G drücken und dann oben Werkzeug und Waffen, den Bohrer einfach auf 1 unterziehen. Ja, hab ich gemacht. Warum funktionieren jetzt bei mir nicht? Keine Ahnung. Schöne Scheiße. Hm, hab ich was bei der Steuerung, ähm, oder sowas, verstellt? Äh, I don't know. Dann soll David mal versuchen. David, komm mal hoch. Warte mal, warte mal. E, Werkzeuglappen, Bohrer auf 1. Mit, ja. Und jetzt versuch ich links klick. Geh drücktei. Rechts klick. Ja, nee, nichts. Ja, dann steck mal auf, dass mal David rein. Drück mal G. Dann zieh den Bohrer unten auf 1 und dann mach mal links klick. Dann drücktei der Escape und dann mach links klick. Links klick David. Es geht irgendwie nicht. Ja, gut, da muss ich bohren. Geht's bei dir, Adi? Ja, bei mir geht's ganz normal. Bei Adi geht's bei mir nicht. Wahrscheinlich, weil das von mir gebaut wurde oder so. Warte, schau mal, ob ich das vielleicht was. Ähm, Bohrer, 1, 2, ach so, oh, na, ich muss auch noch auf, ähm, auf Kevin mal umstellen, kurz. Äh, nein. Mach einfach auf alle. Das ist das Problem, das kannst du nicht, mach einfach mal auf nobody. So. Dingensens, äh, mit dem Bohrer, ich hab mal, ich hab mal eine Frage. Kevin, wo bist du? Ja, hier. Geh mal rein. Ja, 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 äh, wer ist denn jetzt drinne? Niemand. Warum ist das jetzt automatisch angegangen? Drück mal links klick. Warte. Das mal rein. Und? Kevin. Wir reinsteigen, hallo? Er muss T drücken auf das Ding, du bist doch schon drin. Haha, ich mach doch schon T. Bin drin? Ah, jetzt bin ich drin. Links klick. Ah, scheiße, nur der eine Bohrer aus an, warten wir kurz. Geh mal kurz raus. Nur der eine Bohrer war, ich hab vergessen, den Bohrer 2 umzustellen. Das ist auch neu hier, das wusste ich nicht. Also, das ist neu seit der neuen Patch, der vorgestern rauskam. Herz, Kevin.